Lugner gekündigt. So geht es für sie weiter. Das sind die Top News des Tages. Van der Bellen spricht mit Kickln. Am Freitag startet der Bundespräsident seine Regierungsgespräche mit Wahlsieger Herbert Kickln. Die ÖVP will, dass der FPÖ-Chef von Van der Bellen den Auftrag zur Regierungsbildung bekommt. Hoffentlich macht er in der Hofburg keinen Blödsinn, sagt ein Partei-Insider. In der ÖVP hofft man, dass Kickln mit seinen Sondierungsgesprächen scheitert und als Verlierer dasteht. Durchwachsene Europa gab abend. Den Rapidlern ist der Start in die Konfionsieg gelungen. Sie gewannen bei Istanbul-Basakşehir mit 2 zu 1 nach einem Schaupe-Doppelpack. Die zweite Champions-League-Pleite gab es hingegen für Sturm Graz, die gegen Klub Brüsch mit 0-1 verloren. Heute steigt der LASK in den Europakabring. Simone Lugner auf Jobsuche. Mit der Kündigung in der Lugner City ist die Lugner-Witwe Mitte November arbeitslos. Richard wäre sehr enttäuscht, sagte sie in einem Puls4-Interview. Nun muss sich Simone um einen neuen Job kümmern. Mich interessiert ein Job ohne starre Bürozeiten mit viel Abwechslung und Action, sagte sie zu heute. Für mehr Infos klicke den Link in der Bio.